Ich bin wieder einer 3.5.7 und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ach man, irgendwie ist das, warte mal, leiser, gut, kurz zu machen, perfekt. Okay, und dann würde ich zuerst mal sagen, weil ich kenne mich mit dem Spiel nicht so gut aus, How to build a PC. Also, wie baut man einen Computer? Gut. How to build a PC mode. Ähm, okay, also wie man einen PC baut. Gut. Wir müssen zuerst die PC-Bahn öffnen, um nach innen zu kommen. Hinten auch, weiß nicht warum. P. U.S. Die Schrauben rausdrehen. Mhm. Ist das der... Hm. Oder verwechsel ich das... Wie weiß ist das ja genau. Hm. Kann sein, dass ich das nicht ausverwechsel. Okay, so. Okay. Es ist ein Motherboard, also. Das Herzeigen vom Computer. Das müssen wir jetzt installieren. Post. Oh Gott, leck. Ah, leck gar nicht. Installieren wir es mal. So, 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 so. So, alle Schrauben schon reindrehen. Äh, ah, jetzt müssen wir, müssen wir die Kabel verbinden. Verbunden. Und, und, auch verbunden. Der ist, der Kompressor. Und der kommt da, da, ins Motherboard rein. Und wieder zu damit. Okay. Und das ist jetzt, PC cooler, in Kühler, brauchen wir jetzt. Ah, das ist das, was unser PC immer so laut macht. Nice. Okay. Einbauen. So. Und so. Und jetzt, die Grafikkarte. Wir haben gerade die beste Grafikkarte. Aber ich will mal wegen einem neuen Computer schauen. Und drei mit der Grafikkarte. Die Memory. Das ist der Arbeitsspeicher. Den müssen wir jetzt installieren. Und alles raus. Und beide. Memory. So ein. In Hard Drive. Was ist das nochmal? Hard Drive. Das weiß ich jetzt immer ganz genau. Nee, nein, damit. Alles anschließen. Cooling. Jetzt haben wir das. Motor. Okay. Okay. So kommt daher. Festschrauben. So. Und das auch nur verbinden. Close the case. Okay. Jetzt müssen wir die Schachtel schließen. Und jetzt Turn on PC. Ah. Jetzt müssen wir noch alle schließen. Gut. Und rein. Und an. Okay. Dann starten wir mit einem neuen Spiel. Auf in unser Leben. Na, egal. Welcome to PC. Building Simulator. To begin. Go. Okay. Also wir müssen jetzt zuerst hierher. Und unsere E-Mails öffnen. Hi Tim. Was? Er ist langsamer geworden und er glaubt er hat ein Virus. Und jetzt schickt er mir seine PC zu. Hier. Und den muss ich jetzt reparieren. Und den muss ich jetzt reparieren, oder? Work on is. Oh, der PC in. Okay. Was muss jetzt da machen? Muss jeder drin irgendwas machen? Muss jeder drin irgendwas machen? Muss jeder drin irgendwas machen? Na, nein, ich glaubte, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch. Ich glaube, man muss irgendwas installieren. Da ist es. Und wieder, zum Beispiel. Okay. To not plugged in, wo die Tor. Ich glaube, jetzt müssen wir mal die Kabel an. Ich glaube, das wäre ziemlich hilfreich, bevor wir ihn anschalten wollen. Und hopp. Und das letzte Kabel hier rein. Okay, USB-Driver. Das ist doch bei Tools, oder? Ah, der USB-Drive. Das ist der USB-Stick. Okay. Das ist okay, das ist nicht mehr. Und mein, der mal. Exit. Das ist ein USB-Driver. Das ist okay, das ist nicht. Hey. Wieder back. Ich habe einfach mal schnell das Spiel neu gestartet. Geht's jetzt? Jetzt geht's gut. Jetzt müssen wir den Power geben. Und er schaltet sich an. Und dann gehen wir mal hierher. Install the virus scanner. Das ist ein exakt. Dann werden wir wahrscheinlich brauchen. Dann werden wir wahrscheinlich brauchen. Start der Scanning. Ist jetzt was gefunden worden. All done. Perfekt. Das heißt, sind da keine Virus immer oben. Jetzt muss ich mal als erstes alle Kabel entfernen. Füllen wir mal aus. Oder muss sie jetzt einfach bei Door liefen. Oder Hä? Äh, what? Ah, so muss ich das machen. Dann schließen wir alle Kabel weg. Nein. Das ist falsch. Das da. Okay, dann werden wir es mit TPC. Ich glaube, wir müssen jetzt M nehmen. Und hier einstellen. Collect your reward. Was heißt das jetzt? Ah, wir müssen es ja collecten. Perfekt. Das ging aber schnell. Oh mein Gott, der Zeitner. Was müssen wir machen? Install HDD. Oh mein Gott, weil ich muss in der Grafik gerade, dass ich akzeptiere. okay. Good to the shop on your PC to buy the you need and you can have to do okay. Akzeptiere mir mal und das muss aktivieren auch. Was hat er gesagt, in den Shop? Graphic Cards. was für grafikkarte wollte der na wie da na moment guck mal das da kann einer machen eine oder irgendwie sowas Moment, suche ich überhaupt richtig? Hm, so nenne ich die, hm, vielleicht muss man, ending the day, okay, end day, go, get to work, go to work, oh, und da sind schon meine drei, was fangen wir an, upgrade, fix, wir glauben wir fangen einfach mit dem Scan an, weil, Scan, das heißt, wie das Virus mit dem KDW bis jetzt, oh Gott, ist der dreckig, cleaner PC, oh Gott, ist der dreckig, kompressed air, ich glaub, mit dem kann man den Staub wegpuschten, warte mal, wie rufen wir mal das, Wird schon mehr schrauben, der Computer? Oh Gott, der ist dreckig, wie's zum geht, nicht mehr. Oh Gott, der geht, der schnell ist sauber. Das ging echt schnell. Bei PC Parts, ja. Das habe ich mir davor schon, habe ich mir davor schon mal gesehen. So. Power. Moment, Kabel. Ich vergiss hier fast immer, Connection Kabel, Stromkabel, Maus und Tastatur anschließen. Okay. Okay. Dann geben wir jetzt Power. Hm, der hat einen coolen Hintergrund. Moment, was muss ich denn machen? Schauen wir mal nach auf der E-Mail. Hm. Ach so, das ist, er ist langsam und dreckig. Okay. Ich muss wahrscheinlich wieder den USBs dreifach installieren. Okay, da haben wir wieder einen Virus Scanner, muss man wieder installieren. Hm. Wir müssen leider wieder neu starten, aber das geht da irre schnell. Start, Scanning starten. Hm. Ist wieder was falsch. Okay. Der Computer ist gerettet. Gut. Moment, nein. Nein. So. Okay, dieser Computer wäre erledigt. Was ist das? Der Upgrade. Der Upgrade. Broken Part. Ready to boot. Nehmen wir mal den, der schaut gut aus. Boot OS. Okay. Montieren wir mal alles ein. Schließen wir mal komplett an. Stromkabel, Maus, Tastatur und Bildschirm. Alles drin. ready to boot. Mal die Power an. Und dann müssen wir auch noch was installieren. Eine Grafikkarte. Oder war das da? Ah ja. Er braucht irgendwas. was? Gamma. Morotti? Was ist das? Cooling? Oder was braucht der? Eine. Ah. Boom. Such in Store. Eine. 500. 100. Oh. Ihr habt das noch. Eine. 500. Gigabyte. Abstand. HDD. Was ist denn das überhaupt? nicht immer genug Geld für das. Oh man. Install. Morotti. Gigabytes pro Sekunde. Das schaut mal nach dem Arbeitsspeicher oder so aus. ähm. Oder. Ne. Moment. Ne. Ne. Grafikkarte. Ist es auch nicht. Moment. A motherboard. Ne. Auch nicht. Ah. Das ist das. Morotti. 500. Gigabyte. Das ist es. Um 50. Okay. Passt. Weiß ich, es kommt am nächsten Tag erst an. Oder ist die schon angekommen? Install. Memory. Ne. 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 neuen Tag beginnen und go to es ist es er gebraucht hat in Sto Moment die Götter schon mal muss ich mal das da aufbauen als auszumontieren okay install storage äh was ist das jetzt noch mal install HDD der Hard Drive remove ich muss den Hard Drive da installieren also deinstallieren das muss ich glaube da noch vorab montieren glaube halt hoffe es halt remove HDD boom so kann ich die jetzt ist es ist und jetzt ist sie draußen jetzt muss ich was installieren die um mit 500 close 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 jetzt muss ich noch Kabel und und so das da und dann noch runter okay und jetzt muss ich nur PC Barz das und das und das so einfach hinten dran okay okay leave by door so der kommt auch noch zu den einen da plays PC ja Leute ich hoffe mal dann dass euch die jetzige Folge gefallen hat die heutige wenn ihr mehr von PC Bilder da